Prost, 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 Prost! 81 Meter hoch, der Siegel-Skyliner, auf dem nicht mehr Elis Kerber. Und wir machen Frühstück mit ganz, ganz vielen Annalz-Hörern hier. Ich hab wirklich, es wackelt, es wackelt, es wackelt wirklich. Vor allen Dingen, anwarte ich's nicht hier in Ausgang. Ich schau mal, der ist durch die Lücke hier in Ausgang. Das ist hier zum Jacuzzi. Für die ganz Todesmutigen. Zum Jacuzzi geht's da lang. Haha! Mega einfach. Also, unsere nächste Chance ist Montagfrüh wieder zu steigen. Denn wir machen jetzt nächsten Samstag nochmal. Also, wer Bock hat und heute keine Tickets bekommen hat, einschalten Montagfrüh für Klarstadt-Show kurz vor 8 Uhr. Das war das höchste Frühstück in Fürth. Nach Nürnberg hast du jetzt auch Fürth. War's schön? Ja! Super! Und was war das Beste? Das Beste! Die Aussicht nach Nürnberg! Die Flo Kerstner Show! 999! KIPP Radio N1! KIPP Radio N1! 2 Untertitelung des ZDF, 2020